Profi-Debüt als Amateur war, Weltmeister 2003 und Silber bei der Olympiade 2004. Aus Hamburg, aus dem Spotlight-Boxing-Team, Gennady Golovkin. In seiner Ecke Volker Grill, Matthias Böhme und sein Trainer, unser Meistertrainer, Magomed Schaborow. Punktrichter dieses Kampfes, Herbert Urich, Jörg Illenseer. Ringrichter dieses Kampfes, Heinrich Mümert aus Dienstlagen. So, bleibt sauber, achtet auf mein Kommando, gebt euch jetzt die Hand. Keine Kopfstöße, keine Tiefschläge und jetzt geht's los. Ja, wenn alles raus ist, können wir anfangen. So, so, so. Ring-Frei-Runde, eins. Box. Box. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.